Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Online... Ne, Moment. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online Challenge. Heute mit dem Bram, dem Jay und mir, dem Peter, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo. Heute machen wir eine Golf Challenge von Wacki Schmacki vorgeschlagen. Und die Challenge lautet wie folgt. Wir haben alle diesen Scramjet, dieses spezifische Auto. Und dieses Auto hat einen Boost, den ich euch jetzt... Ne? Ja, okay. Bram, präsentiert euch den mal gerade. Wunderbar. Das hat er schön gemacht. Darf ich auch erst springen? Darf man springen? Ich würde sagen, du darfst einfach beides, da du beides nur einmal benutzen kannst, kannst du beides einmal benutzen. Sollen wir uns darauf einfach einigen? Ja, können wir machen, aber... Also nur nochmal zu... Also du darfst aber nichts mehr machen, sobald du in der Luft bist. Das heißt, wenn du erst springst... Ne, das funktioniert ja nicht. Ne, okay, das funktioniert nicht. Genau, deswegen darfst du beides benutzen. Oh. So, jetzt schau dir und bin weg. Sprung nutzen, Boost nutzen, da du beides nur einmal benutzen kannst, bevor du wieder aufkommst. Dann kannst du das halt benutzen. Und ich darf auch logischerweise kein Gas geben. Solange du Bodenkontakt hast, schon noch. Ja, dann fahre ich jetzt zum See von hier oben, Peter. Ach so, aber hier steht... Ne, ne, ich hätte ja auch gesagt, du springst und dann boostest du. Ach so, aber du darfst nicht Gas geben. Okay. Okay, okay, okay. Also, zur Erklärung. Wir werden hier noch Regeln diskutiert werden. Es ist so, dass wir Golf spielen in dem Sinne, dass wir hier mit diesem Auto versuchen, ein Loch zu treffen. In unserem Fall ist das Loch da unten der riesige See. Dafür benutzen wir die Funktionen dieses Autos. Einmal hat dieses Auto einen Sprung und einmal einen Boost. Brahma hat das gerade schon repräsentiert. Und dann können wir gucken, wer die wenigsten Schläge, in Anführungszeichen, braucht, um ins Loch zu kommen. Die Autos sind im God-Mode. Und von mir aus können wir starten. Ja, dann fangen wir einfach an. Okay, dann fange ich einfach an. Willst du irgendwo anders hin? Ach so. Ich darf doch noch nicht mehr steuern in der Luft, ne? Also, das habe ich richtig verstanden. Tschüss, Peter! Wow. Ich habe auch nicht mehr gesteuert. Das Problem ist, wenn du den Boost zündest, wenn du in der Luft bist, dann fliegst du halt mit der Nase nach unten. Ich drücke weiterhin nichts. Ich rolle noch ein bisschen. Na gut, okay, sehe ich natürlich nicht gerade. Willst du erst durchspielen? Ne, ich würde sagen, wir machen die klassischen Golf-Frage. Nein, würde ich auch sagen. Und gucken gleich auf der Map, wer am nächsten dran ist und der... Also, ich rolle immer noch ein bisschen, aber kann es gerne schon. Willst du oder soll ich? Du kannst, ich habe... Mach du ruhig. Ich habe mich nur kurz schon mal Richtung... Okay, wen machen wir das jetzt? Springen und dann gucken, wann man den Boost zündet, ne? Warum kann ich denn nicht... Ich habe doch eh... Ah! Oh Gott! Leute, er dreht sich in die andere Richtung! Aber die Richtung sieht doch erstmal gar nicht so schlecht aus. Ja, aber der hat sich gerade... Ja, okay, jetzt ist gut. Der hat sich halt quasi in die andere Richtung gedreht. Ja. Sehr schön. Mhm. Ja, geil, ich bleibe hier an so einem... Ne. Jetzt, ja. Ähm, schwierig. Ja, jetzt rollen wir. Oh geil, Peter. Bist du auch diese ganzen... diesen Zulkus runtergerollt? Ja. Ich bin auch nicht den schnellsten Weg zum See, glaube ich, gegangen. Ich bin ganz woanders wie du. Du bist ganz woanders als ich. Ja, mein Sohnkurs hat mich in eine ganz andere Richtung geführt. Ja, See ist See. Äh, du kannst, Bram. Okay, dann mache ich jetzt einen Sprung. Sprung. Okay, geil. Ich... Alles klar. Ja, du drehst dich genauso auf wie ich. Ja, richtig. Oh, jawohl, wir fahren hier keinmal runter. Oh ja, Bram kommt zu mir, glaube ich. Das sieht gut aus. Wieso bin ich denn so anders? Ja, alles gut. Ja, sehr gut. Weiter. Weiter. Nicht stehen bleiben. Seht gut aus. Noch einen Schwung jetzt hier über die Kuppe. Ja. Oh, Bram ist echt leicht bei Peter. Nein, nicht. Okay. Oder auch nicht. Da war ein Baum. Schade. Okay, kurze Frage. Darf man sich auf der Stelle neu ausrichten? Ja, ich würde sagen, du darfst dich jetzt wieder Richtung See stellen. Oder Richtung Loch. Okay, aber ich würde sagen, Jay ist näher dran. Also ist er zuerst. Okay. Der am weitesten weg ist, fängt an. Ach ja, stimmt. Dann Bram. Dann nicht. Ich. Dann Bram. Dann ich. Und dann Jay. Drei, zwei, eins. Okay, das war. Ich glaube, Bram ist zweimal hintereinander dran. Ja, Moment. Wir rollen hier noch. Ja. Ja, ich nehme Fahrt auf. Okay, ich stehe. Schade. Moment, kurz umdrehen. Okay. So, hier stehe ich. Alles klar. So. Ja, gerade war ein bisschen unpraktisch. Ich bin halt so gesprungen. Und mein Auto hat sich aber, da ich hier auf der Strecke stand, direkt nach unten gekippt. Und da habe ich einen Booster gegeben. Ich habe mich im Sprung überschlagen. Und dann hat der Booster an der Richtung gezündet. Aber das ändern wir jetzt, indem wir jetzt richtig schnell zack, zack machen. Jawohl. Das ist besser. Das ist nicht besser. Doch, das ist besser gewesen, als das davor. Hey, Peter. Alles gut bei dir? Das ist so. Ja, mach dir mal. Jetzt ist Peter dran, oder? Boah, ihr liegt da, glaube ich, richtig scheiße. Kann das sein? Nicht optimal auf jeden Fall. Bram, das war dein dritter Schlag. Das war drei, ja. Ich mach mich jetzt mal neu aus. Ich mach mal. Ich habe eine Strichliste mal gemacht. Okay. Okay, sehr gut. Aber sag gerne die Schläge an. Sprung. Das ist ein Schlag frei von Peter, ne? Oh, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Der sieht sehr gut aus. Okay, ich bin aufgehalten worden vom Bäum. Okay. Ich stehe. Wer ist denn jetzt? Bram oder ich? Ich würde sagen, Bram ist immer noch weiter weg als du. Na dann. Okay. Wir stehen gut. Wir holen da jetzt was raus. Schlag Nummer vier. Und Sprung und zünden. Nein! Wieso dreht sich denn mein Auto so früh nach vorne? Du kannst ja auch erst den Boost nutzen und dann mal eh. Ja, vielleicht relativ mal smart. Ja, okay. Ich, äh, ja, liege. Ich glaube, du bist... Ich bin am weitesten weg. Ja, okay, gar kein Problem. Nee, nee, nee. Jetzt würde ich sagen, Jay. Na, mach ich Schlag Nummer zwei. Okay. Er wird bestellen. Ich bin eigentlich damit zufrieden mit der Ausrichtung. Sagen. Abfahrt. Oh Gott. Wo geht es denn da hin? Ja! Mega! Ja, roll weiter! Nein! Oh mein Gott. Boah, ich wäre fast... Kennt ihr diesen... Ich stehe. Aber ihr kennt diese kleine Unterführung, wo dieser ganz kleine enge Tunnel drin ist, wo dieses Wasserrinnensaal durchgeht, wo irgendwie Christian schon mal hängen geblieben ist, das wäre irgendein Challenge. Ja, 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 ja. Da wäre ich fast drin gewesen. Pff, das wäre böler gewesen. Okay, darf ich? Ja. Ja. Okay, dann Schlag Nummer fünf. Okay, diesmal habe ich dafür Jay gesagt. Erst zünden und dann springen. Ich habe auch erst gezündet und dann bin ich gesprungen. Aber ich weiß das halt... Ich weiß gar nicht, ob ich den Sprung überhaupt noch gemacht habe. Das geht, aber halt wieder. Okay, ja. Ich stehe das sichererweise gar nicht. Ja, Moment. Moment, ich bin ein bisschen... Ah, jetzt bin ich wieder unten. Ich stehe halt in Bäumen. Achso, du bist irgendwo in der Luft geflogen. Ja, ich bin einfach straight nach oben geflogen. Also, was ich euch wirklich raten kann, ist Toggle, um sich dann einfach zu drehen. Toggle? Was ist denn Toggle? Ja, Toggle No Clip. Ich glaube, jetzt bin ich am weitesten weg. Ich mache jetzt meinen dritten Schlag. Ja. Peter, nicht... Verkackt das. Da fliegt er. Verkackt das. Oh, das ist gar nicht so scheiße. Nein, er geht ins Wasser. Oh, ich bin drin. Jawohl. Nein. Du bist jetzt erst gejumpt und dann... Ich bin gar nicht gejumpt. Ich habe da Jumpen komplett rausgelassen. Na, muss man ja auch nicht. Einfach nur Boost gegeben, weil ich quasi wie auf so einer Sprungschanze stand. Ich glaube, ich trinke. Scheiße. Wer ist dran? Ja, du. Ich? Okay, alles klar. Dann Schlag Nummer 6. Okay, geil. Schlag Nummer 7. Ja gut, Bram, machen wir weiter. Ich bin einfach... Ich stehe exakt da, wo ich davor an dem Sprungsstand. Oh, der sieht gut aus. Da ist er. Da ist er. Ja, Loch. In los 7 Schlägen. In los 7 Schläge. Okay. Ich könnte es klappen, aber ich weiß noch nicht. Mal schauen. Erstmal muss ich springen, weil vor mir genau ein Busch und Baum ist. Nein! Baum! Ja! Busch, Wasser. Yes! Busch, Wasser. Yes! Haben wir. Wichtig. Okay, 3 Schläge. Jonathan und Peter. 7 Brammen. So sieht es aus. Wir sehen uns beim nächsten Loch wieder. Zweites Loch ist, wir sind hier in der Nähe vom Weinwurzzeichen und müssen da oben in diesen Stausee springen. Also wenn ihr jetzt hier guckt, da hinten hinter die drei Pipelines, die führen in diesen Stausee. Und Jay darf beginnen. Ja. Und tschüss. Wolltest du noch springen? Darf ich das nicht jetzt auch noch? Ja. Achso. Beides einmal benutzen. Ja, genau. Ich stehe. Und zwar stehe ich scheiße. Kacke! Wo steht er denn da? Das ist nicht gut. Leute, ich werde, okay, ich werde gerampft von Autos. Dein Vor- oder Nachteil. Je nachdem. Ja, okay. Okay, dann mache ich als nächstes. Ich wollte noch springen, aber er ist nicht gesprungen. Scheiße. Da hängt aber wer ganz schön weit oben noch. Das hat aber nicht falsch sein, Bus. Ich bin auch im Kopf vor allen Dingen auch. Ich drehe mich mal um. Ja, das habe ich auch nicht gemacht. Okay, ich stehe. So, okay, ihr seid beide da unten gelandet. Beide seid aber nicht gesprungen. Das heißt, ich werde das jetzt einfach mal... Ich wollte springen, aber irgendwie... Da habe ich mich nicht hingewiesen. Hm. Dass das so gut war, gucken wir, wenn das nicht angeht. Alter, du dippst mich. Gleich... Oh, nee. Jawohl, nice. Bleibt mal stehen alle da oben. Das ist... Also, ich bin genau in den Baum reingeflogen, Alter. Leck mich doch am Arsch. Alter, dann wird es richtig schwierig, auf diesem Berg gleich stehen zu bleiben. Ja. Ja. Ach du Scheiße. Und da hochzukommen mit dem... Poggle-Shit. Okay, ja, ähm... Okay, ich muss springen auf jeden Fall. Ja. Aber ich richte mich aber anders aus. Kannst du die Straße hochfahren? Ja, ich denke tatsächlich drüber nach. Okay. Dann, äh... Springen... Dann mache ich jetzt. Ja, wir machen. Das ist eh überhaupt nichts. Obst du mindestens über die Autobahn? Oder du landest auf der Autobahn? Ich bin auf der Autobahn. Scheiße. Nice, die rammen dich jetzt hoffentlich. Ich habe mich umgedreht und stehe. Okay. Da ich einen Baum hängen muss, mal ganz kurz. So, fünf Millimeter weg. Falls die dich umbringen, ich habe mal eine genaue Markierung gesetzt auf dich. So. Na, mich rammen sie tatsächlich gar nicht. Ja, aber vielleicht holen sie dich gleich aus dem Auto raus und Boxen zieht sie zu Tode. Dann go! Okay. Uh! Ah, du bist stark und rammen. Ja, wenn das der erste gewesen wäre, wäre das nice. Sagen, ich bin dran, oder? Ja. Ja. Muss ich mich irgendwie eigentlich nochmal ausrichten. Mach das doch. Ey, Leute, geht mir nicht auf den Sack. Ey, Fahrradfahrer, verpiss dich. Ey! Nicht im Weg stehen. Okay, drei, zwei, eins. Da fliegt er. Wow, Alter, Junge. Der fliegt aber richtig. Ich habe nicht gesehen. What the fuck? Ah, da. In die, in die, an der Zentrale da vorbei. Äh, Wasserzentrale, wie die auch immer heißt. Okay. Ich sag mal so, ich stehe jetzt hier oben, aber vor mir ist genau ein Fels. Ja, du bist voll in den Fels reingeballert. Scheiße. Ja, okay. Hm. Next. Boah. Ich kann es überhaupt nicht sagen gerade. Ja. Ich mache einfach, ja? Ja, mach du. Okay. So. Ich will da hin. Da hoch wollen wir jetzt, ja? Genau da. Nicht an den Fels, nicht an den Baum. Genau da zwischendurch möchte ich. Gucken wir, ob das funktionieren wird. Und noch auf den LKW warten. Jetzt. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh. Jetzt rollt er nicht wieder runter. Egal, er bleibt hier stehen. Alles klar. Okay. Nice. Okay, let's go. Oh. Bleib stehen. Nein. 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 Oh. Okay, ich rolle. Ich rolle sehr langsam. Stop it. Stop it. Hör auf zu rollen. Ich rolle immer noch. Hör auf zu rollen. Immer weiter runter. Nein. Immer weiter runter. Ich sehe Jonathan da vorne. Nein. Nein. Ich rolle immer noch. Nicht auf zu rollen. Motorbremse rette mich. Das Problem ist eigentlich, bist du als nächstes. Ja. Okay, ich muss aber warten, bis ich stehe, bevor ich hier eingreifen will. Ich mach einfach währenddessen. Ja, mach einfach währenddessen. Okay, mach ich jetzt erst den Sprung. Ja. Oh, nee. Jetzt rolle ich den Berg wieder runter. Oh, ich werde schneller. Ja, ich bin unten im Kraftwerk. Fick dich, Spiel. Oh nein. Ich bin am Arsch. Oh nein. Ich bin auch, glaube ich, am weitesten jetzt weg, oder? Ja, warte mal. Und da geht sie auch noch. Bei mir ist gerade Schwung in die Bude gekommen. Ja, aber du rollst ja noch. Ich stehe. Ja, stimmt. Da kommt dich, ratz da aus. Okay. Ja, let's go. Okay. Ich bin wieder auf der Autobahn. Ich versuch mal nochmal, ne? Vierter Schlag. Okay. Da hat der P da dran. Aber ist egal. Mach du einfach. Ja, aber der... Ach so, ja. Ja, ja, ja. Okay. Hast du auf den Röhren gelandet? Oh, ist das ein guter Flug gewesen? Vielleicht bin ich auf den Röhren ein bisschen geflogen. Gefahren. Mega gut. Ich bin ohne Sprung da hochgekommen. Das ist geil gewesen. Nice. Ja. Ja. Ja, ich bin einmal den kompletten Berg wieder runtergerollt. Bin an der Autobahn wieder. Und versuch das jetzt hier als meine Sprungchance zu benutzen. Das dürfte mein dritter Schlag sein, oder Jay? Ja, das ist dein vierter. Mein vierter sogar schon. Okay, let's go. Mein Gott. Die Sprungchance an sich war ganz gut. Jetzt darf ich nur nicht wieder komplett runter... Oh mein Gott, das ist perfekt. Okay. Ich stehe. Dann bin ich, oder? Ja. Okay. Okay. So, wir versuchen jetzt hier links, genau da, das Ding, da ungefähr hinzukommen. Vierter Schlag jetzt. Also. Und go. Okay, wir fliegen links ein bisschen an dem Ding vorbei. Aber hey, so what? Der zieht trotzdem gut aus. Der zieht gut aus. Hier vorne auf der Freifläche. Jetzt einfach stehen bleiben. Stopp, 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 stopp. Nicht da, bitte nicht die Klippe runter. Okay, sehr gut. Geil. Ich stehe. Feder. Fünfter. Ich muss mich gerade nochmal ausrichten, ohne dass ich rolle. Ich mache das immer schon währenddessen. Ja, ich habe schon währenddessen angefangen, aber ich rolle immer. Ja, das dauert. Das ist nicht so einfach, das stimmt. Okay, ich bin ready. Ich drücke. Fünfter. Wahnsinn, Marc. Oh nein. Oh, oder doch? Das sieht gut aus. Ich stehe, Scheißstein, Mann. Scheißstein, Mann. Ich würde sagen, ich, oder? Ja. Okay. Spring ich? Nee. Komm, komm. Komm, komm. Zieh, jetzt bitte nach links knallen. Ja, nein. Das ist ein Witz. Bin ich im Dritten. Okay, dann würde ich sagen, ich, wa? Ja. Das darf nicht wahr sein. Fünfter Schlag, Bram. Fünfter Schlag, Bram. Ich muss eigentlich sogar da ausfahren. Kann ja eigentlich nichts passieren. Machen wir da wahr. Sieht sich gut aus. Jetzt nur nicht drüber fliegen. Alter, wehe, du fliegst halt. Bist du hoch? Nee, Wasser. Du bist drin. Du bist drin, okay. Moment. Okay, ich habe das Wasser berührt, aber bin wieder rausgefahren. Mein linkes Hinterrad steht noch im Wasser. Ja, das ist im Loch. Wenn du das Wasser noch berührst, bin ich der Meinung, bist du im Loch. Ja, ist okay. Okay, dann bleibe ich drin. Okay, dann bin ich jetzt, glaube ich. Der ist, glaube ich, noch näher dran als ich. Ja, ich bin im Wasser quasi. Ja, nicht ganz. Okay. Ich habe mich jetzt ausgerichtet und rolle ins Wasser. Wenn ich das will. Ja, ich bin drin. Ja. Gut, naja. Ich habe mich mal ausgerichtet. Mensch, das wird ja eine schwierige Nummer hier. So, du hast jetzt natürlich deinen sechsten Schlag. Ich habe jetzt auch meinen sechsten. Und ich drücke mal X. Oh. Alter. Fick dich, fick dich, fick dich, Spiel. Fick dich, Spiel! Wo bist du? Ich bin natürlich rübergeflogen, weil ich ja... Loil, du stehst da? Ich bin halt durchs Wasser gefahren. Weil ich nichts anderes machen konnte. Ich bin einmal durchs ganze Wasser gefahren. Alter, siebter Schlag. Du beruhst leider das Wasser nicht mehr. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ich... Ach da. Ich richte mich aus. Ah ja, okay. Ach so, scheiße. Jetzt ist der Wagen kaputt, weil ich im Wasser war. Ich muss einen neuen spawnen. Aber das ist halt eh krass, dass du halt einmal durch das Wasser gefahren bist. Das ist so unfair, ne? Das ist schon so frech, dass der erste da nicht geklappt hat. Das ist wirklich... Das ist wirklich frech. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Oh. Oh. Zurück. Okay, ich komme nicht zurück. Ich starte einfach. Ich habe nur einen Sprung gemacht. Ja, gar nicht. Ich habe es den Busen bedurft. Ich habe nur einen Sprung gemacht. Okay. Da bin ich wohl ziemlich klar drin. Jawohl. Sehr gut. Okay, dann fass noch mal kurz zusammen am besten die Gesamtwertung. Warte, ich lasse mich kurz toggeln, sonst sterbe ich. Also, das war jetzt gerade im zweiten. Brammen fünf, Peter sechs, Jay sieben. Das heißt, Peter hat aktuell die Führung. Okay. Sehr gut. Dann sehen wir uns wieder auf Loch drei. Drittes Loch von drei. Wir stehen bereit, sind auf dem Maze Bank Tower und müssen da oben in diesen kleinen See rein, der aussieht wie eine Ente. Deswegen heißt er bei uns immer Entensee. Und ja, ich darf anfangen wahrscheinlich oder muss anfangen. Du hast neun Punkte, du fängst an, du bist erster. Ja, deswegen, genau, weil ich erster bin. Dann bin ich und dann Bram. Ich weiß noch nicht ganz, was die Taktik ist, aber ich werde einfach mal springen. Ich springe wir halt mal genau an. Wie er einfach wegzischt. Jetzt mache ich so einen Köpper. Bram, was hast du da gemacht? Ich wollte gucken, wo Peter hinfliegt. Oh mein Gott. Hier komme ich niemals im Leben raus. Ich stehe. Hier komme ich niemals im Leben raus. Da habe ich ein bisschen Angst, das auch so zu machen wie ein Feder, aber... Vielleicht ein bisschen mehr da links oder rechts, weil es ja nicht genau da auch landen ist. Ich ziehe mal da hin. Moment, wo ist der Entensee? Ja, da ziehen wir genau drauf. Okay. Ein Stück nach vorne. Und... Tschüss! Darf ich? Ja. Darf ich? Ja? Ja, also ich stehe. Okay. Tschüss! Oh Gott, Alter. Er kippt direkt nach vorne. Oh nein! Ich lande da, wo Peter ist. Nein! Lol! Aber nicht ganz. Du bist auf dem Dach gelandet, wa? What? Das ist gar nicht so... Ich bin aber auf einem Glasdachteil gelandet, das sich kaputt geht, glaube ich. Weil das halt so grafisch da ist. Aber eigentlich wäre ich jetzt im Wohnzimmer von jemandem drin oder so. Okay. Okay. Dann bin ich, ja? Ja. So, da ist der Entensee. Irgendwo. Und ich werde das anders probieren. Beide sind gesprungen, beide landen da vorne auf dem Haus. Ich werde einfach Gas geben und hoffe, dass das die bessere Tötendung-Taktik ist. Gas geben darfst du nicht? Nein, also hier boosten, meinte ich. Ah, okay. Und dann hoffe ich aber, dass ich unten auf dem Ding vielleicht noch irgendwo einmal springen kann. Ab dafür. Das ist eine richtig beschissene Idee, möchte ich nur ganz kurz sagen. Einfach nur Vollgas von der Haube zu geben. Da ist, komm zu uns, Bram. Guck mal, wer fehler weiß. Aber du musst halt, du musst ja auch Risiko gehen. Ja, okay, cool. Also, ich bleib dran, wie das aussieht. Würde ich auch sagen. Okay, was mache ich jetzt? Wir müssen... Ach du Scheiße. Okay, nee, das geht nicht. Ich muss da lang. Das ist zwar super dumm, aber ich muss da lang. Und dann werden wir die Straße quasi nutzen. Könntest du in die Straße fahren. Ja, habe ich auch vor. So, los geht's. Ich spring und boost. Spring und boost. Tschüss, Bram. Wenigstens bin ich da rausgekommen. Okay. Und ich stehe. Abfahrt. Yes, ich habe es geschafft. Nein! Einfach nur über die Straße. Wie scheiße steht denn der jetzt? Oh, ich stehe genauso an Palmen. Das ist richtig Müll. Okay, ich mache mal meinen Schlag, weil ich werde jetzt nicht mal einen Boost machen, sondern einfach nur springen in der Hoffnung, über dieses Tor zu kommen. Fuck. Oh, das ist gut. Okay. Kannst du ja noch boosten. Ja, nee, dann ergibt keinen Sinn. Dann baller ich einfach voll in dieses Haus vor mir rein. Aber kommst du vielleicht weiter? Nee. Nee? Nee. Dann bist du dran mit deinem Nächsten. Weil ich kann ja jetzt nicht mich neu ausrichten und dann boosten, sondern ich muss ja genau in die Richtung boosten, dann funktioniert ich. Achso, mich nochmal. Ja, das heißt jetzt darf ich mich ausrichten. Stimmt. Okay. Let's go. Tschüss, Peter. Ach, komm. Wollt er einfach wieder runter jetzt. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Äh, ich stehe. Wir boosten auf jeden Fall einfach hier gerade durch und hoffen, dass wir da vorne an den Palmen, genau die dazwischen beim Auto gerade sind, oder? Diese da, dass wir da rechts dran vorbeifahren werden und dann so zack. Okay, liebe Zuschauer. Beten und go. Und noch springen. Ich bin auf jeden Fall ein Stück vorangekommen. Okay, wir stehen scheiße, aber ist okay. Es wird gleich ganz wild da oben durch Weinfuss kommen. Ich stehe in so einer Passage, ich stehe auf so einem Stellplatz jetzt. Das ist der absolute Bunker da. Okay, dann bin ich, ne? Jo. Akt 3. Springen und dann Gas geben. Nein! Aus! Belastend. Ja, ich glaube, ich war direkt mal bei den Viertel hinterher. Ja, das ist eine gute Idee. Und springen. Boost. Oh, da ist er. Nein! Nicht schon wieder in irgendeiner Scheiße hier drin. Zwischen zwei Gebäuden ist halt immer richtig beschissen. Ja! Ja, Peter, du hast noch Pause wieder aussehen. Ja, ja, ich glaube auch. Ich chill noch ein bisschen. Wo drehe ich die NPCs hier auf? Ja, ich würde sagen, wir haben, oder? Okay, Schlag 4. Ähm, was werden wir jetzt machen? Ja, geh mal weg mit deinem Telefon. Fuck, Alter, ich verliere das. Ich werde springen. Und dann, wenn ich gelandet bin, werde ich erst den Boost zünden, glaube ich. Ansonsten komme ich hier nicht raus. Oder? Ich werde dann in der Luft entscheiden, je nachdem, wie ich fliege. Okay, und go. Okay, wir müssen da raus. Ja, weiter ging nicht. Ist halt so. Aber immer möchte ich da jetzt raus. Okay. Hallo, aus. Ja, ich bin auf der Straße. Hallo, Jonathan. Finally. Ey, da stößt hier richtig scheiße. Oh, das ist aber schade. Nimm man beim Golf die Bälle nicht immer aus dem Weg für die anderen? Das hättest du wohl gern. Aber so spielt... Macht man das doch beim Golf. Ja, 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 ja. Also bei Golfe gibt es beide Modi. Ich weiß jetzt nicht, welcher richtig ist. Mach halt. Okay, aber erst ist Bram, glaube ich, dran. Ah, ich darf wieder. Okay. Schlag 5, wa? Ja. Okay. So, jetzt einfach nur diese Straße da hoch. Ja? Gar kein Problem. Wir müssen aber kurz gedulden. Wir müssen ganz kurz auf grün fahren. Weil ansonsten steht vor mir ein LKW. So, komm, weg LKW. Weg LKW. Weg LKW. Ja, und dann... Go. Uff, uff. Wir springen noch. Wir springen noch. Das war richtig beschissen. Warum hab ich das getan? Das war ja richtig scheiße. Ja, okay, ich steh. Du noch Park hier, steht da. Okay, jetzt komm. Du noch Park hier, nice. Oh, Peter, der war smart. Jetzt hab ich mir genau abgeschaut. Will ich genau so machen wie du. Ja, verständlich. Aber ist okay. Ich stehe. Ich denk... Bram oder ich? Äh... Du. Okay. Schlag Nummer 6. Huh! Nein! Mann! Das kann doch nicht. Ja, Mann. Das sah lustig aus. Ich bin halt dieser scheiß Schüssel abgerallt. Ja, hab ich gesehen. Dann auch Schlag Nummer 6. Du noch Park hier, deswegen müssen wir jetzt hier weg. Ich spring erst über diese Mauer. Und dann hoffe ich, dass ich gut lande. Oder irgendwas. Und dann machen wir Boost. Ich bin 6 Meter oder so um mich gekommen. Nice, okay. So. So, wie gerade gesagt, Schlag Nummer 7. Wir springen jetzt über diese Wand drüber. Und hoffen, dass wir dann weiterkommen. Und Sprung. Und Gas. Alles sieht gut aus. Das ist besser. Aber du darfst direkt nochmal. Darf ich die Polizei wegmachen? Ja. Ich hab die eh aus. Da komm ich nicht drüber, wa? Nee. Okay, da komm ich nicht lang. Da ist wahrscheinlich das Beste. Wir machen... Okay. Also, pass auf. Wir müssen Abpraller machen. So. Gas. Und dann los. Schlag Nummer 7, glaub ich. Und go! Ja! Nee! Ey, fahr mir jetzt den Ballot an. Schlag Nummer 9. Okay. Ausrichten. So, wir fahren jetzt da vorne hin. Da. Und... Go! Sprung! Ins Vorgarten, nee, doch nicht. Nee, das ist gut. Da steht der Helikopter dabei, so wenn der nicht vorhin von der Basebank taugelt. Der steht einfach hier auf der Straße. Nice. Okay, jetzt ist Jay wieder. Yay. Hast du eigentlich getoggelt, Peter? Nee, aber kann ich jetzt gerne machen. Weil hier ist jetzt ziemlich Verkehr auch. Bin getoggelt. Aber die fahren nicht durch getoggelte durch. Also, das ändert nix. Ich war die ganze Zeit getoggelt. Okay. Äh. Moment, warum springt der nicht? E? E? Hier schießen geht's. Oh, Entschuldigung. Oh. Warte, jetzt muss ich mich beeilen, sonst... Ah, jetzt geht's. Yeah, perfekt. Jetzt bin ich bei Bram. Nice. Ja, okay. Danke, Spiel. Scheiße. Du bist fast neben mir, aber ich seh dich nicht. Ja. Ich find's... Bram ist am weitesten weg, würde ich sagen. Ja? Ja. Okay. Dann bin ich dran. Schlag 10. So. Wir wollen jetzt hier über die Wand drüber. Also, ihr seht halt hier rechts die Bäume. Problem. Da links die Bäume. Problem. Die Wand ist auch ein Problem. Also, das, was wir machen können, ist, wir drehen uns jetzt quasi so und hoffen, dass wir mit dem Boost da drüber, genau da durch diese Lücke durchfliegen. Das wird bestimmt funktionieren, Bram. Ja, wird funktionieren. Funktioniert! Boah! Bis dahin? Lol! Oh, wir sind... Okay, wir rollen wieder runter. Aber egal. Hier steht dann nicht schlecht. Wie krass war der Flug denn? Alter, der war ja mega gut. Okay, und ich steh. Ich denke, Peter muss jetzt, ne? Ja, denke ich auch, okay. Okay, let's go. Fünf. Schlag Nummer fünf. Oh Gott. Bleib irgendwo hängen. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, ist das lucky. So unfair. Oh mein Gott, ist das lucky. Ich verkehle das jetzt. Schlag Nummer acht. Wo ist Bram? Okay. Bram ist auf der Straße wahrscheinlich. Darf ich? Ja. Ich bin auf der Straße. Was ist das? Der bleibt hier einfach hängen an den Dingern. Ich dachte, der kann da durchfahren. Oh, oh Mann. Ja, okay, perfekt. Scheiße, wir müssen halt jetzt. Richtig beschissener Schlag. Ja, okay. Schlag Nummer neun. Nice. Der wird jetzt auch scheiße, weil ich keine Sprungschanze hab. Ha, fahr wieder zurück. Mann, ich hab ja alles jetzt. Echt? Bin ich irgendwo in nem Hinterhof? Ist das schlecht? Stehen. Ja, geil. Ich brauch schon gar nicht mehr zählen bei mir. Okay, komm. Ja, fuck you. Ich komm da gar nicht hoch. Ich komm da gar nicht hoch. Bin ich hier? Okay, okay, okay. Ich richte mich aus. Das ist so ein Moch hier. Mann, verpiss dich! Deinem scheiß Auto. Ich hab nur Schüsse gehört. Schlag Nummer elf. Ich komm da nicht hoch. Geh, 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 geh. Wie mach ich das jetzt? Ach du Scheiße, ich roll noch weiter rückwärts. Ja, herrlich. Als ob man da nicht durchkommt. Ja, okay. Komm, richte ich mich dahin aus. Versuch jetzt Schlag Nummer zwölf. Aha, aha! Aha, aha! Natürlich bleib ich hier in den... Natürlich falle ich jetzt wieder zurück. Alter. Ja, und wieder zurück. Das ist unfassbar. Ich schliebe mich halt gerade echt bumm. Manchmal haben wir so eine Pechsträhne bei Gott. Das ist doch zum... Okay, ich krieg den nicht mal mehr gedreht. Ich muss toggeln. Okay. Da ist jetzt ein fetter Dings im Weg. Boah, das werd ich niemals schaffen. Okay, Schlag Nummer 13. Oh, 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 oh! Ja! Das trifft. Wehe, du bleib. Wehe, du landest nicht dauerhaft drin. Wehe. Boah, die Sprungschanze war aber krass. Okay, nice. Ich bin drin. Okay. Ich? Äh, ich? Ich glaub nicht. Du? Boah, war das... Okay. Boah, das war schon echt frech, die paar. Okay, ich mach jetzt einfach nur einen Sprung, glaub ich. Ja, gucken wir mal, wo ich auskomm. Was? Du hast doch boosten. Nee, will ich aber nicht von hier aus. Sicher? Ich will mich vorher ausrichten. Deswegen lass ich den Schlag einfach so, wie er ist. Wer ist denn blau von euch? Ich bin blau. Ah, okay, dann ist das Peter. Dann ist das Brammen dran. Okay, so, ich hab jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn ich jetzt Hartgas einfach nur gebe, dann könnte es sein, ich bin eigentlich ganz gut ausgerichtet, auch die lange Seite vom Fluss, aber ich drüber springe, äh, vom See. Oder ich springe und hoffe, dass ich dann mit der Nase so nach unten dippe. Ich glaub, das werd ich tun. Ich möcht nur sagen, warte, bevor du das jetzt machst, weil du jetzt deinen elften Schlag hast, wenn du jetzt einlochst, bist du nicht letzter. Okay. Ja, dann muss ich, ich muss springen, damit ich dann mit der Nase nach unten dippe. Wollte ich nur sagen. Sonst, also wenn du noch einen weiteren brauchst, aber wenn du noch zwei Schläge brauchst, dann sind wir beide letzter. Oder beide Zweiter. Dann mach ich das jetzt. Sprung, Gas. Das war schlecht. Das ist gut. Das ist gut. Ich rutsche. Ja. Äh. Ja, dann, äh, Nummer... Wölf gleich für dich, aber erst mal ist Peter dran mit sieben. Erst mal ich. Ich hab mich jetzt ausgerichtet. Okay, ja. Und booste jetzt einfach nur. Und vielleicht springe ich danach noch. Bitte, bitte nicht. Das ist nicht klapp. Nein! Oh. Peter GG. Oh, ja! Bäh! Mit drin. Er hat es so gut getroffen. Okay. Okay, Bram. Dann jetzt, da kommen wenigstens... Gemeinsam letzter oder alleiniger letzter? Das ist jetzt die Frage. Gemeinsam letzter wenigstens, bitte. Nee, nicht dahinter ist der Baum. Okay. Ja, gegen den Baum, Bram. Gegen den Baum. Ah, so. Bitte, bitte bleib irgendwo hängen. Bitte bleib irgendwo hängen. Irgendein random Shit. Nein! Flieg drüber! Alles gut. Alles gut. Komm schon. Lande im Wasser. Ja! Das ist ein Baum. Ja! Das Spiel ist so unfair! Danke, Baum! Die Natur hat mich gerettet. Geil! Oh, heiße! Das heißt, ihr seid aber beide auf dem zweiten Platz. Das ist der Sotzwunsch. Ja, später 16 und Bram und ich ab 23. Okay, ja gut. Oder vielleicht erst auf 17. Vielleicht habe ich auch einen Strich bei dir vergessen, dann gerade gegen Ende. Aber irgendwie sowas. Also du bist auf jeden Fall locker Erster. Okay, alles klar. Ja, dann habe ich die heutige GTA Online Challenge gewonnen. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss! 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 tsch!